Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute mit einem Video, das absolut aus der Reihe ist. Einige von euch werden sich wundern, was hat dieses Video auf diesem Kanal verloren? Es ist ein Fashion-Kanal. De facto muss ich dieses Video aber drehen, weil ich für mich jetzt hier nicht einfach so weitermachen kann, ohne auf dieses Thema anzusprechen, beziehungsweise einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Wien ist meine Stadt, meine Marke kommt aus Wien, Wien ist mein Leben und wir haben einen unfassbaren Schicksalsschlag hinter uns gebracht. Ich nehme dieses Video auf, einem Tag nach dem Terroranschlag und möchte versuchen, hier ein paar Gedanken zu ordnen und einfach ein Statement zu setzen mit diesem Video. Klar war es für mich eine unfassbar anstrengende Zeit, klar war es für mich natürlich auch extrem psychisch belastend, alleine wenn man topografisch bedenkt, wie nah das ganze Spektakel an mir war und wie kurz davor ich noch draußen auf den Straßen war. Sehr viele Freunde von mir sind betroffen, waren bedroht in dieser Situation und mein Herz blutet natürlich. Ich möchte mit diesem Video nur ein paar Gedanken ordnen und natürlich denjenigen, die krasser betroffen sind von dem Fallfall als ich, meine Unterstützung aussprechen, mein Beileid aussprechen. Ich hoffe, dass wir bald diese Dinge wieder in den Griff bekommen. Soweit ich weiß, ist die Polizei auch schon dran. Unsere Einsatzkräfte leisten Höchstleistungen und sind wirklich auf ihrem Gebiet absolut top. Unglaublich, was da für Leistungen erbracht werden. Also ich fühle mich bereits wieder sicher in meiner Stadt. Auch wo ich heute durch die Straßen gegangen bin beziehungsweise gelaufen bin bei meiner Laufrunde, habe ich das auch gesehen und hatte auch dieses Sicherheitsgefühl wieder. Nichtsdestotrotz ist es Wahnsinn, was hier passiert ist und ich möchte aber klipp und klar mit meinen Erfahrungen auch nochmal sagen, dass es jetzt der falsche Weg ist, in irgendeiner Art und Weise Leute zu beschuldigen, die nichts mit der Sache zu tun haben. Religion ist in keinster Weise so wie der Islam. In keinster Weise das Ding, das uns das angetan hat, sondern das sind einzelne Menschen, die sich für den Terror entschieden haben, denen es nicht gefällt, in welcher Freiheit wir leben, weil sie sich auf radikalisierte Art und Weise selbst diese Freiheit nicht geben, gönnen sie auch uns diese Freiheit nicht und alles, was die wollen, ist Terror, Angst und Schrecken schaffen. Und ich möchte euch bitten, genau zu differenzieren, in keinster Art und Weise jetzt auf die Idee zu kommen, dass jeder, der muslimisch oder sonstiges ist, etwas mit dem zu tun hat. Das ist nur der Terror. Und ich möchte euch auch bitten, einfach Stärke zu zeigen, nicht einschränken zu lassen, sondern keine Angst zu zeigen, stark zu sein, zusammenzurücken. Es hat sich einfach gezeigt, dass Wien zusammengehalten hat, dass viele menschliche Dinge, die mich selbst überrascht haben, wie es wurden Menschen Obdach gewährt im ersten Bezirk, quasi. Komm, einer, ich kipp dir einen Schlafplatz, kannst bei mir schlafen, so auf die Art und Weise. Und das erfüllt mich unfassbar mit Stolz, wie mein Bienen hier reagiert hat. Ich bin stolz, wie wir diese Sache gehandelt haben, stolz auf unsere Einsatzkräfte, die nur neun Minuten dieses Spektakel beendet haben, Top-Leistungen, die hier erbracht wurden und ich sehe positiv in die Zukunft. Ich weiß, dass wir die weiteren Herausforderungen stemmen werden. Und ich bitte euch hier einfach klar zu unterscheiden, auch keine Angst zu haben und in keinster Weise auf irgendwelche Informationen, die in WhatsApp-Gruppen herumgeschickt werden, wo es jetzt angeblich weitergehen soll und was als nächstes passiert und wer als nächstes dran ist, dem auf keinen Fall Glauben zu schenken, sondern wirklich nur auf Informationen zu hören, die jetzt nicht unbedingt von Ö24 kommen, sondern die polizeilich bestätigt sind und einfach die Angst nicht weiter verbreiten bzw. keine Angst aufkommen. Und ich weiß, dass wir das unter Kontrolle haben und wollte nur hier noch auf diesem Wege diese zwei Dinge mitgeben. Den Plug für MEMWNer werde ich mal sparen, auch wenn es natürlich die Marke aus Wien ist. Aber trotzdem, ich bin stolz auf mein Österreich, ich bin stolz auf mein Wien, ich bin stolz auf alle Einsatzkräfte und ich bin stolz auf die Wiener, wie wir das geleistet haben. Ein großes Dankeschön natürlich auch an die vielen Leute, die nicht direkt aus Wien oder direkt aus Österreich stammen, die mich hier mit Zusprüchen zugetextet haben auf positive Weise, mir viele Nachrichten geschrieben haben, wo man einfach auch die Anteilnahme merkt. Ich bedanke mich herzlich dafür. Ich habe auch versucht, meine Reichweite zu nutzen, um die Leute zu beruhigen bzw. auch als dann wirklich gerade aktuell die Lage war, die Leute wirklich dazu zu bewegen, nicht rauszugehen, weil ich weiß, aufgrund meiner eigenen Liebe zu gefährlichen Situationen, dass ich im ersten Moment auch gern gesehen hätte, was so abgeht und mir überlegt habe, dort hinzugehen, bis ich dann erst realisiert habe, was hier wirklich passiert, dass das ein Terroranschlag ist. Die Bilder gehen mir natürlich heute noch nicht aus dem Kopf, aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass wir das unter Kontrolle kriegen. Und lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht einschränken, verbreitet keine Angst, bleibt standhaft, ich weiß, dass wir das schaffen und da rauskommen. Wenig liebe dich, wir werden das schon reißen. Ich bedanke mich, wie es Newstime sagen würde, für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Wir werden uns am Freitag dann natürlich wieder gewohnt mit dem Fashion-Content wiedersehen. Ich bedanke mich für jeglichen Support und Sonstiges. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit einer Reaction. Das war's von mir, euer Maximilian.